Hey, meine Agents! Willkommen zu... The Blood Fight! Genau, und ich bin im Team mit Agent Epic! Ich gehe auf 20 Sekunden! Ich bin mega nervös! Ich auch, Dig! Digga, du siehst den Birkenbaum, ne? Da, wo das Schaf steht, oder? Du siehst ihn! Du siehst ihn! Ähm... Da hinten! Da rennst du hin! Ich baue den mittleren Block ab, du unten und oben, und dann craften wir! Shit, Digga! Okay, 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 eine Sekunde, und es geht los! Lauf, 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 lauf! Oh, und hier kommen so viele! Lauf einfach! Nein, nicht abbauen, nicht abbauen! Einfach über den Berg! Bist du ganz sicher? Nein, rechts, 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 rechts! Lauf über den Berg! Ja, okay, ich will jetzt schon recht viel essen, ne? Ja, da ist Zukunft! Oh, egal, wir lassen! Komm einfach! Komm, 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 schnell! Zwei Hungerkönchen verloren! Da kommen welche! Das sind zu viele, zwei Hungerkönchen verloren! Die ersten Bauten an! Dann, wir nehmen... Ja, komm, komm, komm! Da hinten sind immer noch Adagern und, äh... Wo bist du? Rufen, ich bin hinter dir! Ja, da hinten sind immer noch Adagern und, äh... Wo bist du? Gehen dir sofort die Hühnchen, Alter! Scheiß auf Kehl, Scheiß auf Kehl, Scheiß auf Kehl! Scheiß auf Kehl! Scheiß auf Kehl! Scheiß auf Kehl, Digga! Oh mein Gott! Digga, die ersten Sterben! Hier, hier, hier! Ach, fuck! Nein! Digga! Ah, Digga, Mann, so viele Sterben! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich geh, Hühner! Ich hab's! Okay, ich brauch Essen! Komm, ich... Ja, lass, lass Hühner kehl! Wir scheißen auf alles, Digga! Wir scheißen auf alles! Spring nicht! Spring nicht! Jetzt verbrauchst du viel! Spring nicht! Spring nicht! Ich bin ein Tüner! Okay, die alle! Okay, die alle! Und nicht rohs essen! Nicht rohs essen! Da oben war Kohle, ne? Ist egal, komm! Hier ist ne Höhle! Da ist auch Kohle! Digga, hier ist ne Höhle! Oh, da sind Zombies, egal! Nein, 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 nein! Digga, es sterben zu viele! Digga, es sterben zu viele! Digga, es sterben zu viele! Komm! Anypenny wurde von denot gekehlt! Es sterben zu viele! Anypenny wurde denot! Okay, komm! Wir rennen! Ich hab gleich kein Essen mehr, Alter! Ich kann kein Essen mehr! Ich ess wohl! Ist mega! Vorruhlich! Vorruhlich! Bei uns! Komm! Überdem! Die Bähler und Ding sind nach links gegangen! Wir sind safe! Psycho-Lebner! Komm! Ich seh auch niemanden! Alles ruhig! Nimm das Schwert in die Hand! Ja, ja, hab! Okay! Da hinten ist Schweine! Nice man! Nice man! Nice man! Nice man! So, es sind über 10 gestorben, glaube ich! Ich gucke mit F5, aber ich seh niemanden! Okay, nice! Okay! Ich ess eins! Ich auch! Und weiter geradeaus! Immer geradeaus! Komm! Komm! Immer geradeaus! Shit, Digga! Malexplay ist tot! Manze kill! Flippergamer! Die verrecken alle, man! Flippergamer ist von Technik! Wir haben einen relativ guten Start! Wir brauchen ein bisschen mehr Essen! Ja! Ja, ja, kommt einfach endlich! Ich hab bis jetzt 5 Roos! Ich versuch zu wenig zu essen, wie es geht! Ich hab auch 5 Roos! Dahinten sind noch mehr Schweine! Nice man! Hier ist eine offene Fläche! Warte, hier sind auch nochmal Fläche! Hier sind Schweine! Digga! Hier sind auch nochmal 3! Digga! Digga! Jedes Fleisch kann im Porten sein! Okay! Es sind mega viele gestorben! Ich hab nochmal 10 Roos Fleisch! Digga! Rest in Peace! Morgen sind noch welche dabei! Wie viele sind tot! Alter, Mann! Ich hab Paranoia! Ich dachte, ich hab grad nen Namen neben dir gesehen! Wo bist du? Wo bist du? Ich komm, ich komm! Du bist genau geradeaus! Hast du schon irgendwo zufällig Zuckerrohr gesehen? Ich mein, da kann man sich ja mal gönnen! Okay! Der Server legt mich! Alles gut! Ach ja, und Leute! Ich hoffe mal, dass es mit dem Internet geht! Weil wenn ich jetzt einmal time oute, wäre das richtig, richtig scheiße! Ja, nimm die Schweine! Wir haben so viel Fleisch, aber wir haben einen relativ guten Start! Okay, komm mit! Komm mit! Wir müssen einfach rennen! Einfach rennen! Rechts! Rechts! Das ist mega! Ja, ich weiß, ich guck' nur nebenbei, muss nach Zuckerrohr! Das ist aber natürlich wärmisch schon relativ wichtig! Weil die Fläche hinter uns ist nicht wie das hektisch weiß! Wie wir alles eingestellt haben und alles war! Das hat einfach mal gerade so viele Tinten-Fische gespawnt, man! Ich hab richtig! Ohne Witz! So! Okay, ich hab jetzt noch 14, ähm... Großfleisch! Digga, hier ist Kohle! Hier ist Eisen! Hier ist Eisen! Nein, Mann, Digga, lass sie in die Höhle gehen! Scheiß drauf! Hier ist niemand! Hier, Digga, hier! Pass auf! Digga, hier ist Eisen! Wo bist du? Ja, aber wir brauchen noch Holz! Ja, okay, Mann! Hol du Holz, ich pass auf! Okay, komm mit! Alter, was ist das? Ist das ein Grafikfehler? Da! Ich weiß es nicht! Das ist mega-kippend! Hier sind ein paar Höhlen! Komm mit! Komm mit! Ja, Mann, ich... Jeder Schwein kommt da mit rüber! Wir brauchen Zuckerrohr! Okay! Ja, ich weiß, das wir Zuckerrohr brauchen, aber wenn wir Eisenschwerter haben, Digga! Easy! Hier ist eine schöne Höhle! Ah, das ist jetzt nicht so viele am Start geschoben! Ja, ich weiß, es sind wirklich viele gestorben! Ich hab jetzt noch 19 rohes Fleisch, ne? Warte, ich hab noch 23! Sieh doch mal, Digga! Warte, ich... Ob die fallen überall hin? Okay! So! Gut! Ich seh nirgends wo jemanden! Ich glaub, die haben sich alle ziemlich weit rechts gehalten! Die wollten... Die hatten, glaub ich, keinen Bock auf Wasser! Okay, komm mit! Hol einfach alles an Holz, was du kannst, dann gehen wir zusammen in die Höhle! Unsere Pläne kennst du ja, ne? Komm, wir haben alle technische Forscher, das heißt, wir haben alle bessere Spielzeuge, alle Steine! Aber es sind nicht alle on! Morgen kommen noch ein paar dazu! Ja, alles gut! Nehmen wir noch ne Auf... äh, nehmen wir noch ne Folge... äh, auf... Oh, ich dachte, da hinten ist jemand! Jetzt beruhig dich, Alter! Ich hätte auch übrigens... Ja, ja, das bin ich! Ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt nebenbei noch ein paar Äpfel rauskommen würden! So, das Holz reicht! 16! Okay, nice man! Komm mit rein, komm mit rein! Wir gehen sofort in die Höhle! Wo bist du? Okay! Warte, ich zeig den Eingang, weil da war Eisen! Warte! Komm, hier überall ist Höhle, aber... Du lagst, du lagst! Niemals! Alles gut, alles gut! Das ist ein Creeper! Pass auf, dass er nicht runterfällt! Komm! Ich überlege nochmal... Ne, das war hier hinten! Ne, ne, das war hier irgendwo anders! Das war hier hinten! Sicher? Ja! Okay, perfekt! Gut, komm! Komm, ich mach ähm... Ich mach ein bisschen Erde, ich baue das ein! Ich hab gar keine Macht, dass jetzt hier jemand reinkommt! Ich baue die Höhle ein! Okay, dann mach ich, äh, Stein! Schreib! So! Das ist so einigermaßen eingebaut! Ja, ich mach das hier zu viel Eingang! Ich mach das hier zu viel Eingang! Hier, nimm, bau weiter ab! Wir hatten schon einige Planen, wie wir was machen! Hier ist ein Steinschwert! Ja, Mann, ich hab kurz das Eisen! Danke! Okay, hast, kannst du mir drei Steine gehen? Sofort! Jetzt! Hier! Und die Kohleabbau? Ja, ich höre die gleich! Okay, gut! Wir gehen jetzt runter, würde ich sagen! Hier geht's nicht weiter runter! So ein Creeper, bitte pass auf den auf! Also ich muss jetzt gleich gucken! Heiße Angelegenheit! Also schmelzen, ehrlich schon! Äh, Slash Difficulty Part, oder? Ja, es ist hart! Okay! Ich hab's total vergessen! Da hinten ist Eisen! Ja, wir holen das alles! Alles chillig! Bitte stirb nicht am Creeper, ne? Da ist ein Creeper! Digga! Ich töte dich, ne? Ich töte dich, wenn du durch den Typen stirbst! Wo bist du jetzt nicht draußen? Ich habe 20 Kohle! Mach bitte den Ofen! Ich will kein Russdeutsch messen! Ja, ich komm mit runter! Wir gehen jetzt hier runter! Komm, hier geht's runter! Ach, jetzt weiter runter, nein! Hier ist Eisen! Pass auf! Tief! Pass auf! Das ist doch nicht tief, Alter! Wurde ich dich mal! Wurde ich dich mal! Wurde es Eisen, aber ich will, dass sonst wirklich hier niemand hinterherkommt! Ne? Ich habe jetzt gar kein Wack mehr drauf! Okay, ich werde jetzt schon mal mitbekommen! Ich bin dann einfach so heftig fehlgestaunt! Okay, komm runter, Dokumente! Ja, es sind mehr als 10 Stück! Wir sind jetzt 30! Das heißt, 12 oder 14! Das heißt, es kann sein, dass die Border sich jetzt schon... Verkleinert sich jetzt schon die Border? Ne, die verkleinert sich am Ende des Tages! Was? Der Spieler... Hä, der viel Kinkler! Äh, das heißt, er ist rausgegangen! Er kann ja jetzt nicht... Digga, wie soll er dir antworten? Er ist doch gerade gegangen! Slash-Zeit... Wir haben noch 7 Minuten! Mit Slash-Zeit könnt ihr eure Zeit abgucken! Okay, er ist 30 Sekunden geschützt! Okay, wollen wir uns hier runter bauen? Jaja, komm, ich baue mich nicht mehr runter, Alter! Ich mach das! Nicht seit letztem, aber kannst du bitte kurz eine Werkbank aufstellen! Ich habe eine Idee, wie ich das... Ja, nimm die mit, bitte! Hier ist eine Holzachse, damit du es abholst! Ich hab' ne Idee, du machst jetzt nicht! Ich hab' ne Idee, wie du... Ich hab' ne Idee, wie du... Ich hab' zwei Öfen gecraftet! Ich, äh, schmerz' jetzt ganz kurz, das erste Zeug! Oh! Das Licht! Ja, das ist in meinem Ofen! Kuhschubsa! Das heißt, die haben Leder-Scheiße an dem Schwarz-Zaubertisch! Nein, wir haben noch keinen Dings! Ja, wir haben keine Küche von... Aber wir haben erstmal genug Essen! Die Gessen haben alles Probleme, die... Um die kann man sich erstmal ein bisschen später kümmern! Wir haben die erste Folge bis jetzt noch überlebt! Wir werden auch ganz, ganz sicher nicht in Hunger sterben! Dafür haben wir zu viel Essen! Komm runter! Pass auf! Die... Mein Gang ist komisch! Warte mal! Hä? Wie paust du, Alter? Das ist die beste Methode, so ist man ganz schnell unten! Ist besser, als so wie du gestorben willst! Ja, ich bin aber auch in Lava reingelaufen! Ich hab's ja noch gesehen! Ich hab sogar ne Feder! Okay, komm runter! Nein, Mann, ich warte noch, bis die Ofen hier fertig sind! Die Öfen hier? Ja, die Ofen, nice one! Die Badrian lebt noch! Ich weiß, alle, alle, die wir kennen, leben noch! Ich weiß gar nicht, ich wollte mal ein bisschen hoch, wer, wer ist denn... Ich kann gar nicht so weit hoch sein, weil wir so viele Achievements bekommen haben! Ey, ich guck's nachher! Puh, Aufnahme läuft! Perfekt! Fortschritt! Digga, was machen wir mit dem ersten Eisen? Ich hör' Lava! Perfekt! Also, ne... Ja, Hermann, jetzt nicht ernst! Und wie viel Wettnis er sich umgedreht hat? Ich wette, mit dir hat sich umgedreht! Oh, ich hab' die Cordis gezeigt, die muss ich dann wegschneiden! Ah ja, ich hab' noch nicht auf 3 gedrückt! Jetzt aber? Hab' ich noch mal? Ich hör' überall Lava, ich hab' so Angst! Hey, bau dich bitte nicht gerade runter, ne? Und sobald du Lava siehst... Ich hätte ganz gern was haben, damit wir jetzt schnell so, ob sie die anmachen können, aber... Das Eisen? Komm runter! Nein, ich muss noch warten, bis die Öfen hier durchgeschmissen sind! Äh, ich hab' übrigens jetzt 6 Eisenbahnen, ne? Also gleich! Was soll ich mit den ersten Mal machen? Ja, klar, klar, ich hab's recht! Ich guck mal schnell! Ich glaub' ich hab' genau wenig's mit dem veränderten hier, ne? Komm runter! Digga! Schwier' nicht das! Noch 4 Fleisch beruhigt dich, ich sterb' hier nicht! Hier kann so schnell gar keiner hin, Alter! Ich hör' richtig viel Lava rechts und links, ich glaub' Du kannst ja so'n bisschen an die Seiten bauen, hauptsache du brauchst halt nicht direkt unter dir ab! Ich glaub's, irgendjemand hat vergessen, Face oder reinzumachen? Ich bin auch für elf! Ich bin auch für elf! Als ob wir jetzt schon strip meinen wollen, Alter, übertreib' mal nicht! Einer muss, nein! Ich hör' rechts und links Lava, wir bauen uns nicht an die Seiten hier! Oder ist das überall? Komm' jetzt runter! Ich brauch' die Workbench! Ja, ich komm' mal! Röcht' das außen nicht wundern? Okay, Alarm-Fade-Fall! Das Gute ist, du hast zwar sehr komisch gebaut, aber das Oberloß ist kein Full-Damage bekommen, aber ist alles gut! Hehe, hier ist immer Redstone! Okay, ich hör' die Lava auch! Yo, die ist einfach! Hast du oben zugebaut? Hab' die Lava, komm' Digga! Oh! Digga, du gehst weg, ich mach' das! Ja, ich hab' schon mal Erfahrung mit Lava, ne? Geh' ruhig dich! Warte, ich bräuch' hier Oma ganz kurz zu, auch wenn's nur mit Cobblestone ist, halt, dass wir hier nicht ganz so schnell verrecken! Ist Lava-See? Hier könnt'n Dias sein, ne? Ist'n großer Lava-See, aber ich will erst mal Wasser einmachen! Oh, kein Hetz! Passt schon! Ja, sorry Leute, passiert ab und zu mal! Okay, nein, wie geht's... Okay, nein, wie geht's... Bist wird mein erst, okay? Hä, nein, Digga, komm, hier ist ne Höhle! Das heißt, in der Höhle ist doch immer 1000 Mal mehr Eisen! Warte, warte, ich bin rechts hinter... Beruhig dich, ich sneak, ich halt sneak! Ich meine, dass er tu jetzt nicht abkackt, was sie manchmal sehr, sehr gerne macht, ist alles gut! Oh, pass auf! Beruhig dich, Alter! Beruhig dich, Alter! Weiß nicht! Oh, der erste meint richtig ernst, Alter! Aber wir hätten ja auch ganz gute Chancen! Die sehen wir aber, wenn er die hin nimmt! Ah! Pass auf! Zwei Zombies... Warte mal... Ist auf Hardcore! Mach mal ganz kurz! Kann ich nicht boxen? Ja, kann ich! Oh Gott, okay! Okay, wir machen hier ne Base, wir machen hier ne Base! Ja, wir machen hier ne Base! Hier ist perfekt! Baut die Workbench auf! Baut die Workbench auf! Ja, mach mach mach! Oh Hardcore, ich zitter, ich bin so langsam, ne? Ohne Witz, Alter! Hä, ich kann hier... Hast du die Workbench? Ja, steht da! Beruhig dich! Okay, ich mach Öfen aus, Mann! Pfff! Oh! So! Ähm... Ich habe hier... Pass auf! Ich sehe aber noch keine Dears! Hast du Kohle für mich? Äh, ja klar, warte! Ich mach mal die drei Öfen hier in die vier! Ach, drei! Oh! Wir haben immer richtig ernst in den Öfen! Mach sie da rein, die Kohle! Warte mal, ich jetzt noch kurz ein Skelett! Okay, so... Oh, da oben ist noch Eisen! 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 Ich wette, jetzt kommen die ersten Hate-Kommentare! Hä, wieso? Naja, dass sie gestorben sind zu früh! Na, da... Dafür kannst du ja nichts! Kann man an Essen sterben! Ja! Auf Raten müsste man das können! Guck, das sind die, das sind die, die sich sofort reingebaut haben! Und wir haben jetzt richtig den Vorteil! Ich hab 16 Essen, ne? Also, was heißt Essen? Steaks! Das, wenn irgendwas ist, sagst du bitte Bescheid, ne? Ja, ich hab hier auch nochmal fünf überall rein! Das heißt, wir haben ganz viel Essen bei! Hier oben ist ein Creeper und die Höhle geht weiter! Ich guck schon mal ein bisschen viel Eisen! Okay, ich guck unser Eisen weiter! Ich mach unser als erstes Post! Bisschen Schiss grad vor dem Creeper! Jo! Oh! War das hinter mir? Das war mein Creeper, beruhig dich! Ausgeschienen! Verbrannt in Lava! Ist der brennt! Verbrennt! Du bist der Unspaß, Alter! Agent Epic 2.0 Müssen wir heute hochladen! Ich weiß nicht, morgen, ne? Okay, ich hab Essen! Ich hab ne Brust für mich! Jaja, ich mach mir auch... Oder um so'n Creeper, der mich so richtig schief anguckt, Alter! Pass auf, pass auf! Ich hab ganz viel Essen! Ja, Mann, Borat, ich hab auch nochmal 16! Noch ein Eisen, dann hab ich dir ne Brust! Ach, komm, ich hab das ja wieder richtig viel Eisen! Ah, das ist doch... Welche Höhe sind wir so nebenbei? Also, ihr könnt auch überall Dias gammeln, ne? Ey, als der Creeper explodiert ist, ich hab die Sound so laut! Hier! Ähm, da dachte ich, das wär hinter mir und ich bin so weggeraten! Ey, ich hab noch 19 Eisen, ne? Das heißt, das heißt, schon mal für eine volle Rüstung! Okay, ich hab ganz viel Essen! Auto Kick! Auto Kick, oder müssen wir liefen? Okay, Slash... Zeit! Wir nehmen noch eine Folge auf, ne? Zeit! Hä, ich kann nicht Slash Zeit machen! An internal error occurred while attempting to perform this comment! Ja, ich mein so gut, solange du's uns sagen kannst, ja alles gut! Dann kann nur ich das! Ne, dann mach ich das auch nicht mehr! Ne, dann machen wir nicht mehr! Oh mein Gott, Konrad ist durch einen Lag gekillt! Die erste Session... Okay, dann... Könnt... Ihr das nicht... Oha, für seid ihr folgt... Folgt Diamanten! Jaja, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich! Der meinte letztes... Er will nicht mal mitmachen! Jetzt beruhig dich, Alter! Passiert, wir finden da auch noch welche früh genug! Ich hab hier ein bisschen Gold! Ey, das ist halt einfach ein riesiger Lavasehner! Pass auf! Ich mach uns Hosen! Ja, komm mal durch mal bitte um die Rüstung, weil der nimmt mich nicht raus! Gut, ich hab zwei Hosen! Äh, ich seh ein... Ich seh zwei Creeper! Ey, wir werden gleich gekickt! Ich geh zu dir! Äh, ne ne, ich komm! Ich komm! Wir nehmen sowieso noch eine! Ich bin bei dir! Hast du noch eine Hose für mich? Ja! Dann spielst du jetzt zu Ende, darum wurdest du gekickt! Okay, Leute! Das war's mit der ersten Folge The Blood Fight! Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei! War jetzt nicht so actionreich! Wir freuen uns, dass wir noch leben! Nicht so actionreich! Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal! Ciao! Ciao! Ciao!